Bist du Student und möchtest deine Noten in der Uni verbessern? Dann bist du auf diesem Kanal genau richtig. Bei Shripe lernst du, wie deine Hausarbeiten, Präsentationen und Klausuren immer wieder aufs Neue aus der Masse herausstechen, damit du deinen Traum vom Einsernotenschnitt Realität werden lassen kannst. Außerdem geht es hier um Motivation und Zeitmanagement, damit dir Bibliothek und Hörsaal nicht aus den Ohren heraushängen, sondern der Quell deiner persönlichen Erfolgsgeschichte werden. Ich möchte dir alle Schreib- und Lerntechniken so anschaulich wie möglich verraten. Bei Shripe enthülle ich alle Uni-Geheimnisse. Glaub mir, ein erfolgreiches Studium ist einfacher als du denkst. Wenn einer aus der letzten Reihe wie ich es geschafft hat, dann kannst du das schon lange. Für gute Noten musst du lediglich an den richtigen Stellschrauben drehen. Ich zeige dir, wie du in allen Bereichen deines Studiums effektiver wirst. Sogar so sehr, dass du neben dem ganzen Lernen noch genügend Zeit hast, die neuesten Videos auf meinem Kanal zu sehen. Hier erwarten dich vor allem Animationsvideos und Tutorials, die dich deinem Studienabschluss jedes Mal ein kleines bisschen näher bringen. Doch dazu musst du jetzt den ersten Schritt machen. Klicke einfach auf den roten Button mit der Aufschrift Abonnieren und aktiviere die kleine Glocke, damit du von nun an kein Video mehr verpasst. So werden wir das Schiff deines Studiums gemeinsam in den Hafen der absolut herausragenden Absolventen schaukeln. Ich freue mich auf dich! 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 Ich freue mich auf dich!